Nimm ich mal 64 Stück. Oh, kann ich ja nicht mehr wackeln. So, ähm, Hammer. Mehr noch Sticks übrig. Effekt. So. Davon habe ich dann noch was. So, äh, Iron Accurance. Was ist der? Iron Accurance. Stock Breaker. Was ist der? Ach, den muss man aus Stein machen. Ja, toll. Ich finde, dass man das noch was sagt. Ja, ich würde sagen. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Äh, tut mir leid, aber ich muss mal kurz aufhören. Bis gleich. Tschüss. Und wir sind wieder da. Ja, ich würde sagen. Äh. Sind wir hier? Ach so. Dann machen wir einmal den da. Einfach nur Schrott mitnehmen. Wir brauchen ja jede Menge Schrott. Also nehmen wir Schrott mit. Da kommen die mal 64 mit. So. Hoch mit dir. Oh mein Gott, wie beiß man los. Ich hoffe wirklich, dass man das nicht hört, denn das ist ziemlich laut. Ich glaube, ihr hört es sogar. Was brauchen wir? Wir brauchen 5 pro Teil. Das sind etwa so 35 mit 3. So. 8 Iron Fuences haben wir. Dann brauchen wir noch die Batterien. Was ist nochmal ganz genau die normale Solar... Nein, die normale Solar-Pu. So. Wir brauchen noch ein bisschen Iron Plates und ein paar mehr E-Batterien. Ja. Also wir brauchen 8... Wir brauchen... 8 E-Batternys. Und wie viele Syn-Kabel haben wir noch? 8 Syn-Kabel. So, ich weiß nicht, ich kann hier auch wieder was rausklappen. Ich kann hier auch wieder was rausklappen. So. Nein, ich hab hier noch so viel Scheiß drin. Ja, sie ist nicht mehr feierlich. Äh, das würde ich gar nicht machen. Syn-Kabel. Syn-Kabel. Wir brauchen... Äh... Ich guck gerade mal kurz... 2... 2 pro Dings. Wir brauchen noch 14. So, zack. Und zack. Jetzt müsste hinkommen... � that. Ah 8 Pfand wir auch von blanc auft ev 6 Вид Hammer. So. Ich brauche mir noch 8. Kost 24. Zack. Boah, ich habe mich das mal kein einziges Mal verrechnet. Wie geil ist das denn? So, Coal Dust. Ja, haben wir noch ein bisschen Glas. Ja, auch noch ein bisschen Zucker. Jetzt haben wir nur 6 Electronic Circuits. Genau richtig. Genau, falschrum mal wieder. Zack. Ah. Electronic Circuits kann ich ja noch viel bauen. Ich habe ja hier noch ein bisschen Zeug. Weg damit. Weg mit dem Zeug. So. So. Äh. Sluts to leave. Forest. Coal. Ich muss da mal nach unten gucken. Okay. Da haben wir schon wieder genug, um ein paar Boxen zu bauen. 7. 10. Schön. Noch mal 2 drinnen. Ich wollte raus. Und zwar mit einer. Da habe ich jetzt schon wieder 2 Tree Traps im Inventor. Hm. Tree. Trap. Tree. Tree. Trap. Trap. Okay. Lauf und hopp so das Stück das passt ähm hier rein natürlich äh, was wollte ich ach so, genau so ähm, ja es kann jetzt etwas länger dauern aber inzwischen kann ich ja mal gucken äh, low Transformator, ein Kohl Zinnkabel und Rutsch gut, Zinnkabel haben wir keine mehr äh, warte mal Coil haben wir schön oh, Zinnkabel haben wir sogar noch aber es wird nicht reichen und jetzt brauchen wir isolierte Zinnkabel das ist deutlich wir brauchen das bisschen auch noch so und hol ich gleich Zinn hau drauf Spezialeffekte am Start hier so, wir brauchen zwei isolierte Zinnkabel machen wir direkt vier wenn wir nicht so viel Platz verschwinden so, Memories können eigentlich hier rein können wir im Moment nicht gebrauchen ja und damit ist auch die Zeit abgelaufen was wollte ich noch machen Zinnkabel Zinnkabel, Wood ich baue den auf jeden Fall noch äh so, das haben wir und zack Zinnkabel, Coil Wood LV Transformer schön so damit würde ich auch sagen war es das wieder mit einer weiteren Folge Minecraft Monsters die komplett chaotisch und so weiter verlief so und ja, wir haben boah nicht sehr viel geschafft aber wer weiß was demnächst noch kommen wird und wie viel wir dann schaffen werden und so weiter könnten wir auch einfach ne 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 ja ok bis zum nächsten Mal haut rein ciao